Zu der Motherfucking-Din, der deiner Mutter knallt. Mr. Ö ist auch dabei. Wenn er sagt, Jungs, ich komme gleich. Ich glaube, ich schreibe jetzt einen Track. Verreck! Deine Mutter wieder abgeleckt. Jeder hat mich unterschätzt. Ich bin Sex. Genickbruch wie Overflake. Stefan, du machst Adlib. Du bist Genickbruch. Ich benutze dein Genick. Oh. Pfff. 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 was ist das also die karten ich hab's ja schon gehabt dann suche immer noch nach dem verfluchten item dabei bist man für direkt fotografiert ich hab den die bibel in der hand bro willst du die haben ne bro ich will keinen gottesdienst kurz mit babys füttern gar kein bock oder ekelhaft warum sie so was war warum ging es denn ich hab hier noch pizzer ist die pizzer aber dies kaltes essen ist jetzt nicht schlimm wo kann ich denn jetzt sagen also für mich ist die schade aber nicht kalte pizzer und so optimal geht es ich finde es okay ich finde es nicht schlimm ich bin ich da drauf willst du nicht mehr also wird es nicht mehr aber der macht nichts man was bringt das bro ich habe power gehabt das heißt irgendwas gemacht eigentlich ich habe nichts gehört ich habe nichts gehörter ich auch nicht aber trotzdem tower ist eigentlich dass der was macht ja woher willst du es wissen die linge überall gegensteine rum weil das so ist ich habe das spiel nicht erfunden mit dem maul schein ich höre schwarz aber der maul manfred onkel digger der gartensüchtige siehst du dann siehst du dann aber der finger abdruckguss hast du super gemacht haben wir wirklich das spiel erfunden mit so buch ich gebe dir das hallo legt doch hin aber gottesdienst den gottesdienst scheiß ich habe mal auf zu zu bleiben wo das ist der guckt das video an du weißt es ist harama sikim auf damit ein gut sie alle hier mein bror ja 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 ist das Nicht ausgemacht. Nein, nicht wahr, das bin hier. Talking for me, please. EMF 2. Talking for free? Talking for free. Talking with me. I'm Jing Axo, hallo. Hallo. Video coming online. Now. Gegen you. Er hat auf Salz getreten. Bitte. Welche Wolle ist das hier? Easy. Retour bitte, bitte. Minusgrade. Lava. Ja. Der Hunter, ich bin am Arsch. Nein. Oh doch. Oh doch nicht. Ne, doch, nicht auf Glück gehabt. So, Schnittstürze gemacht. Was? Oh, der Hunted. Ich weiß. Ich höre den nicht, ich höre den nicht. Wallah. Der war auch so leise, aber vielleicht mimickt der Miling imitiert, keine Ahnung. Der aufgehört? Das kannst du gucken, Bro, wenn entweder Lichter nicht mehr flackern oder am Dings. Am Lichtschalter. Ja. Der hat aufgehört. Komm. Der hat aufgehört. Okay. Übertreib' ja nicht, bitte. Das kann ich gerne besuchen. Das kann sein, dass es aber wirklichen Null für mich schafft. Ist das für mich... Ja, okay. was glaube ich überhaupt egal eine million scovillen farben und für mich schon farben und für mich schon er war und diese rosen paprika mach aber nimm als ernst hat mir nur eine lassen nur eine nicht so viel irgendwie weil ich will die auch nicht wegschmeißen als erst die lieber die dann nämlich die dann tauschen so kleine mini jungen ich gehe rein der handet da bastu aber doch nicht mein pc ist tisch geworden arme nahe das man kann und jetzt geht es ich verstehe du verträgst keinen pfeffer digga das das ist nur ein geste event alles easy ich hoffe du fühl ich alter rennen weg hilf where are you oh fuck da machst du deine bellen wesen da machst du sieg Wir brauchen gleich unbedingt beide Krutzpücher, das nervt. Ich hab hier eins in der Hand, Bro. Der beschützt mich gerade, der Peach. Ja, ich hol das zweite gleich. Diese Kreuze sind eher Hure und so. Auch in Real Life hier, weg damit. Was? Bitte? Was ist? Dreh übertreiben. Ich weiß noch, ganz am Anfang dachten Leute, dass es einen beschützt, das Kreuz. Echt? Am Anfang vom Spiel, ne? Jaja, dachten da, dass es beschützt. Eigentlich müsste es ja auch so sein. Gerne. Ich tendiere dazu, weil er so aggressiv ist. Oh, er huntet, Bro. Da ist es, Bruder. Ich tendiere dazu aktuell, weil er so aggressiv ist, dass es ein Dämon ist. Aber schauen wir mal. Ja. Oh, Pizza Service. Oh, für Pizza Service. Hallo! Oh, für Pizza Service, ja? Ich liebe dies. Pizza Service für sein Geld. Ich räuchert. Ich räuchert. Ich räuchert. Geräuchert. Pizza. Ey, Geisterbuch. Ah, ja, ist ein Dämon. Darf ich ein Foto machen, diese hier? Ja, mach. Salz, hast du gemacht, oder? Ja, ja, mach ein Foto für ein Buch. Ey. Soll er schnell raus? Ich mach dann gleich noch die restlichen Fotos, dann mal ein Buch. Ja, mach es für ein Farben. Hä? Was machst du? Ich muss nochmal rein. Vergesst nicht in Fotos. Ist geschafft. Wenn du jetzt schon aufsteht und essen, dann kann die auch wieder an den PC gehen. What the fuck? Wenn du das der andere isst, dann stirbst du ja. Leise eine Million. Ich bin am Arsch. Ich? Du bist tot? Ja, ich wusste nicht, wo er gespawnt ist, aber der ist bei den Treppen gespawnt. Geh raus. Post schon. Genau deswegen hasse ich Ganggeister, weil du nie weißt, wo sie sind. Ja, ja, klar. Ich bin dann, ähm, wieder bei Meckes. Jungs, ich komme gleich. Jungs, ich komme gleich, ne? Jungs. Jungs, ich komme gleich.